Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, am Mikrofon begrüßt Sie recht herzlich Gerhard Müller und jetzt gibt es also weitere Möglichkeit von Merchandising von mir, nämlich vor allem auf Fotos von mir bezogen. Also Fotos, die ich selbst aufgenommen habe, da kann man zum Beispiel einen individuellen Wandkalender zusammenstellen oder Postkarten oder sonstige Wandfotos. Das sehen Sie einfach selbst hier in diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, oder sonstige Fotoideen, was man halt alles aus Fotos machen kann. Was habe ich da gesehen? Puzzles kann man da draus machen oder Mauspads und alles Mögliche. Schauen Sie einfach selbst auf fotos.gerhardmüllermusik.de Ja, oder sonstige Fotoideen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.